Hallo, jetzt wir sitzen im Flughafen Krakau und sehr schön im Flughafen. Sehen Sie diese Bände mit Färmen gemacht, schräg. Man sitzt und trinkt den Tee und hat mir sehr gut gefallen, sehen Sie Mülleimer, sehr praktisch neben dem Tisch und sieht so gut aus, dass ein Schräg wird. Ja, sehr schön. Und wir fliegen nach Berlin, schöne Welt, für 5 Euro von Rhein-R. Ich bin so begeistert mit dieser Firma, aber mir schlauhaft, die Firma geht nicht weiter, welcher hat reich aus Konsoren.